Hallo, grüße euch, wie immer, Paraguay Live. Ich bin der Bettsch und wie immer, liebe Grüße aus Paraguay. Heute sprechen wir über Tiere. Ja, ich hoffe, ihr seid genau wie ich oder auch meine Frau, Tierfreunde, vor allem auch Katzenfreunde. Falls ja, bleibt doch einfach dran. Wir stellen euch super Spielzeug vor. Und zwar Katzenspielzeug, und zwar Katzenange. Okay, bleibt einfach dran. Bis dann. Ciao, ciao. Da sind wir am Computer. Ich zeige euch direkt, wir sind auf der Seite hier oben. Und kann mal sehen, Amazon.de, sicherlich kennt jeder von euch. Und da ist ja der komplette Link. Aber kein Problem, ich werde diesen Link auch unten in der Beschreibung angeben. Fünfer Set. Katzenange, Spielange, inklusive Glocke und echten Feder. Natürlich vier Katzen. Katzen. Hier links, also von der Firma Santa Cruz, hier könnt ihr auch sehen, ja, und mittlerweile sehr viele Kundenrezensionen, die meisten positiv. Hier links könnt ihr sehen, also die Bilder, das Fünfer Set besteht aus fünf Fäder, beziehungsweise fünf Spielzeugen. Da seht ihr eins, zwei und drei. Das ist also so eine schöne Maus, auch mit der Öse, also zur Befestigung. Links ist da unten, rechts unten seht ihr ja den Wurm und da oben noch eine Feder. Das Ganze ist mit einer Nylonschnur oder mit einem Nylon verbunden, seht ihr. Also mit der Katzenange, beziehungsweise Teleskopstange. Und man kann hier an dieser Öse im Prinzip problemlos die Spielzeuge austauschen. Ja, da könnt ihr also nochmal besser sehen im Ganzen. Da kommen wir noch kurz zu den, ja, technischen Sachen. Da fragen auch viele, also die Teleskopstange, die ist 97 Zentimeter lang. Ja, also inklusive Griff. Und das ist so eine Metallverstärkung nochmal. Und eine Schlaufe, beziehungsweise Öse ganz am Ende mit der Nylonschnur, die 57 Zentimeter lang ist. Da seht ihr noch die abnehmbare Glocke. Das ist noch die Sicherheitsnadel, beziehungsweise die Öse. Also da sieht die, da kann man also die Spielzeuge ja austauschen. Problematisch, man kann das also zwei oder drei sogar dranhängen, wie man es gerne Lust hat. Und da ist noch die Nylonschnur, also wirklich wie bei einer echten Fischangel. Da sieht ihr nochmal die einzelnen Feder ein. Die zwei und die dritte, also richtig schön bunt. Da kann man noch die Maus extra sehen. Seht ihr, also es ist wirklich eine sehr schöne. Und die Katzen sind also wirklich echt begeistert von der Maus. Da kann man noch die Katze spielen sehen. Da unten noch die zwei andere Spielzeuge, also auch die kleine Maus mit dem Wurm. Und dazu kommt noch der Katzenradgeber, den es gratis dazu gibt. Also bitte nicht vergessen. Also wie gesagt, fünfer Premium Set Katzenangel. Ein Katzenradgeber dazu. Fünf Spielzeuge plus ein Gratisgeschenk. Lässt euch überraschen. Und? Hat es euch gefallen? Also es gibt viele Möglichkeiten Katzen zu beschäftigen. Das ist eine davon. Falls es euch gefallen hat, also auf jeden Fall können wir es empfehlen. sowohl als Geschenk, also falls sie, sag ich mal, bekannte Freunde, andere Leute haben, die sich, sag ich mal, entweder die Katzen haben oder die sich für Katzen interessieren. Das ist ein Top-Geschenk. Können wir nur empfehlen. Es ist nicht teuer. Sämtliche Links. Es gibt ein Fünfer Set und ein Siebener Set. Ja, der Fünfer Set sogar mit einem Überraschungsgeschenk. Aber, pfff, sage ich nichts davon. Müsste ich selber ausprobieren. Also sämtliche Links, wie immer, unten in der Beschreibung. Also einfach das Video mitteilen. Auch an andere, falls ihr keine Katzen habt. Und wisst, ah, mein Freund, mein Bekannte, meine Freundin hat eine Katze. Sicherlich eine super Empfehlung. Und, wie immer, liebe Grüße aus Paraguay. Bitte sämtliche Fragen unten stellen. Den Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gehabt habt. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video. Also, liebe Grüße, meinem schönen Wetter. Ciao, ciao.